Herzlich Willkommen Herzlich Willkommen So, heute sind wir bei Folge 49 angelangt Nächstes Mal steht also das große Jubiläum an, Folge Nummer 50 Eine kleine Vorankündigung Also, wie ja schon gesagt, werden wir nächste Woche einen Gast haben Oder übernicht, aber wir wissen noch nicht genau, wann der Film gedreht wird Und so viel sei gesagt, es ist ein Preisrichter, der hier bei uns sein wird Und lasst euch überraschen, was wir da für euch vorbereiten So, jetzt zunächst noch aktuelle Informationen Letzte Woche ging es hier los in den RVen mit dem ersten Preisluch Ein paar Tauben von uns waren auch dabei Groß hervorgetan haben sie sich noch nicht Aber die Saison hat ja erst begonnen Eine interessante Geschichte ist vielleicht bei unserem Opa-Freund Hermann Lauterbach Die erste Taube, die Nummer 115 Der hat bei ihm auch schon in den ersten Konkurs geflogen Die ist ja auch hier bei uns im Haus aufgewachsen Und die wurde dann als Jungtaube an Hermann weitergegeben Und die konnte 2017 nicht gesetzt werden Da sie ein Problem mit den Federn hat Die hat sich immer selbst so die Federn rausgerissen Und hat sich also blutig So blutig war die dann immer Und die Tierärzte haben nicht wirklich was gefunden Bis jetzt ein Tierarzt ein Mittel wohl angeschlagen hat Und dann konnte er wieder eingesetzt werden Und war direkt nach einem Jahr Pause Wieder die erste Taube am Schlag Mal sehen wie es mit ihr noch weiter ging Der Märchenprinz hat auch einen Preis geflogen Aber wie überall ist auch der Habicht immer eine große Gefahr Der Märchenprinz war zum Beispiel einen Tag auch verschwunden Weil der Habisch hinter ihm her war Also das ist alles nicht so einfach Und gehört auch immer viel Glück dazu Vor einer Woche stand auch das Finale beim IAPC an Da hatten wir noch 5000 dabei Alle 15 sind zurückgekommen Mit den vorderen Plätzen hatten wir leider nichts zu tun Aber es war auch ein sehr sehr schneller Flug Opa, ich glaube fast 1600 Meter die Minute war das Und da waren wir nur ungefähr 8-9 Minuten hinter der Spitze Aber bei so schnellen Flügen ist es bei uns immer schwierig Wir sind eher so bei 1200 Meter Das sieht es bei uns ein bisschen besser aus Aber trotzdem Es wurden bei diesem Rennen 10 Preisflüge veranstaltet Und 3 Hotspotflüge Und die Tauben haben das alles durchgestanden Das ist ja auch schon ein Qualitätszeichen Und die ersten beiden waren sogar Nestgeschwister 4,99, 4,98 Das waren Junge von der Cezanne Und besonders die 4,99 hat bei dem Flucht ja öfter mal Sich hervorgetan Und mit den Jungen aus dem Paar sind wir eigentlich auch ganz zufrieden So das waren so ein bisschen die aktuellen Infos Jetzt spielen wir euch noch ein paar Bilder aus dem Jungtierschlag ein So wir sind jetzt hier im Jungtierschlag Hier sitzen noch 13 Jungen Ein Teil davon geht nach Südafrika Ein paar andere gehen noch weg Auch Gutscheine die wir ausgegeben haben Und noch bei dem Sportfreund Birk Gehen noch ein paar Tauben So Opa wird euch jetzt mal ein bis zwei Tauben rauspicken Die ihm jetzt auf den ersten Blick besonders gut gefallen Und wird die mal kurz ein bisschen in der Kamera zeigen Dann haben wir einen schönen Paarle Dann haben wir einen schönen Paarle Dann haben wir einen schönen Paarle Dann wird ein Vogel Dann wird ein Vogel Daher ist ein Kind gleich im Schwanz Schön lang gestreckt Bei Jungen muss man natürlich großwichtig sein Die verändern sich ja noch Entdecken sich ja erst Aber soweit ich bis jetzt so beurteilen kann Füllte mir sehr gut Flügel ist auch nicht zu veranstalten Die ist doch fest die da,viel ich weiß Welche? Die? Die dunkel gehämmerte,ja Ja, die ist schon sehr schön in der Hand, hat schon was zum Gleichspflicht anbelangt. Ja, die ist also sehr ansprechend. Und die sind zwar jünger, aber ein schön langgezogenes Buschbäden. Das gibt ja ein schöner blauer Vogel. So, jetzt haben wir euch mal drei Tauben exemplarisch gezeigt. Die Geschwister von denen sind schon auf der Reise. Andere Geschwister sitzen noch hier. Und ja, das waren mal ein paar Bilder aktuell von den Jungtauben. Da sitzen noch ein paar Tauben. Die Flüge sind jetzt eigentlich alle besetzt mittlerweile. Wir haben fast alles weggeschickt, was wir wegschicken wollten. Südafrika kommt jetzt noch Ende des Monats und vielleicht noch ein, zwei andere Rennen. Und dann dauert es noch etwas, bis wieder Tauben zu diesen Winterrennen weggehen. Also der Piriachos, Jährige, IAPC oder dauert es noch ein bisschen. Und jetzt müssen wir mal sehen, wir werden wahrscheinlich in der Zucht eine Runde jetzt aussitzen. Also eine Runde Pause machen praktisch. Weil wir wissen gar nicht wohin mit den ganzen Jungen. Und ja, so sieht das aktuell aus. Aber ich möchte euch heute noch in diesem Film zwei Neuzugänge vorstellen. Ich konnte mal wieder vor einigen Wochen bei einer Versteigerung nicht widerstehen. Und weil es mich auch immer geärgert hat, dass wir bei diesen Korabia Rennen so schlecht abgeschnitten haben, habe ich zwei Tauben von diesem Korabia Derby gekauft. Die erste Taube, da ist mir schon ein Name eingefallen, das ist der Senior Asturias, weil er aus Asturien kommt. Eine spanische Taube, ein gehämmter Vogel. Ich spiele euch das Bild noch gleich ein und mache noch ein paar Live-Bilder aus dem Schlag. So, diese Taube ist bei Korabia Rennen auf dem 180 Kilometer Flug, das waren immer sehr schwere Flüge, muss man dazu sagen, hat sie den dritten Preis erreicht. Beim Finale war sie 48. und im Halbfinale 157. Zu Beginn des Rennens, also beim ersten Training waren 1711 Tauben noch im Korb. Beim Finale waren es nur noch 287. Also sind sehr sehr viele Tauben zwischendurch verschwunden. Zur Abstammung kann man vielleicht sagen, der Vater von diesem Senior Asturias war erste Ast-Taube auf der Kurz- und Mitteldistanz in der Region irgendwo in Spanien. Und hat da zwei erste geflogen. Einmal gegen 1800 Tauben und einmal gegen etwas mehr als 1000 Tauben und noch einen zweiten gegen knapp 1500 Tauben. Er geht zurück auf rumänische Tauben, hauptsächlich von Stanescu Dobre, ein sehr bekannter rumänischer Schlag, der auch gute Erfolge hatte. Die Mutter von diesem gehämmerten Vogel ist beim Golden Al Gavarez 2016 geflogen, war zum Beispiel besonders bei den kurzen Flügen sehr schnell, war 33. auf 75 Kilometern gegen 4700 Tauben, 34. auf 170 Kilometern gegen 4.600 Tauben, dann 118. auf 135 Kilometern gegen 4715 Tauben usw. Im Finale war sie nicht ganz so weit vorne, aber sie hat alles gut überstanden, alles mitgemacht. Sie geht auch auf Tauben, eigentlich ist sie eine 100% Gabi-Fantenabele-Taube, also sie geht nur auf Tauben zurück von Gabi-Fantenabele. Ihr Vater war eine sehr gute Taube in Rumänien und war zwölfte nationale Ast-Taube auf der Mitteldistanz und war selbst Teilnehmer des Europa-Cups in der Kategorie Speed und hat zwei erste Preise geflogen. Also von den Gabi-Fantenabele befinden wir besonders Wittenburg in der Abstammung drin. Ich werde das nachher mal einstellen. Das sind mal die Papiere, was dabei jetzt rauskommt, muss man mal abwarten. In der Theorie sieht das immer alles schön aus. Also am besten wie immer Vollbildmodus, hier ist jetzt die Originalabstammung zu sehen. Da sind jetzt die einzelnen Flüge der Mutter usw. nicht eingetragen, aber hier ist halt die Originalabstammung. Die zweite Taube, für die habe ich noch keinen Namen gefunden, die ist von Iljan Panderczek. Die ist auch bei diesem Derby geflogen, war im Finale 37. im Halbfinale 128. Und war zum Beispiel auch bei dem letzten sehr schweren Tränen über 97 Kilometer 55. gegenüber 1300 Tauben. Sie ist eigentlich gezogen wie eine reine Weitstreckentaube. Sie geht auf Tauben zurück, die auf Warschau, Moskau, Kiew usw. geflogen sind. Also das sind Tauben, die wurden in Bulgarien gereist. Und da gehen die Weitstreckenflüge in diese Richtung. Also Moskau, Warschau, das sind über 1000 Kilometer teilweise. Und Iljan Panderczek hat mehrere Olympiatauben schon in dieser Kategorie Weitstrecke gehabt. Kann man alles in der Abstammung erkennen. Und auch der Turbobrief war erste nationale Asttaube Marathon. Das sind alles Tauben, die jetzt hier in diesem Weibchen drinstecken. Und es halt wirklich interessant ist, dass es sehr, sehr schwere Flüge immer sind. Also über 1000 Kilometer und mehrfach im Jahr bewältigen diese Taube diese Strecken. Und dieser Iljan Panderczek ist auch in dem Pipa-Buch, in dem Collector-Items-Buch drin. Die Seite blende ich auch mal hier im Video noch ein. Da kann man ein bisschen Eindruck davon gewinnen. Ich habe mir die jetzt gekauft, weil ich gedacht habe, das ist eine sehr harte Taube, die auf beiden Strecken sehr gut zurechtkommt. Und bei harten Bedingungen eigentlich immer den Heimweg finden sollte. Ob das alles so klappt, wird die Zukunft zeigen. Und nach der Mausung, so werden wir euch die Tauben mal richtig präsentieren in der Hand. Mal sehen, wie sie sich da bisher noch entwickelt haben. Wer sich da ein bisschen näher für die Abstammung alles interessiert, kann ja auch jetzt im Video das alles mal genauer ablesen. Und da sind auch gute Tauben aus Holland noch mit drin, von Jan Thelen, aber auch von Gerard van Tull. Also von diesen Olympia-Tauben. Und er ist in International Barcelona, Rotico und so weiter. Filmen auch alles hier in der Abstammung. Ja, wie immer Vollbildmodus. Da kann man eigentlich alles sehr gut erkennen in dieser sehr aussageträftigen Abstammung. So, jetzt gleich spiele ich noch ein paar Live-Tauben von den Bildern ein. So, natürlich ein lustiger Versprecher. Das sind natürlich Live-Bilder von den Tauben und nicht Live-Tauben von den Bildern. Also hier ist das Weibchen. Sitzt es hier ein bisschen ungünstig. Und der Vogel sitzt noch ein bisschen um den Hengst und hängt jetzt hier am Gitter. Die beiden Tauben sitzen im Moment noch alleine, um hier nicht den Betrieb zu stören und auch selbst nicht gestört zu werden. So, jetzt sieht man sich hier. Hier ist also der Vogel, der ein bisschen dunkel gehämmerte. Macht so eigentlich einen guten Eindruck. Muss natürlich auch jetzt erstmal ein bisschen eingewöhnen. Es ist ungefähr 10 Tage jetzt hier. Hier kommt jetzt auch das Weibchen. Die sind jetzt auch schon, waren ein paar Tage auf der Reise im LKW und so weiter. Also die werden sich eingewöhnen und dann werden sie auch noch einen besseren Eindruck hinterlassen. Und das war es dann für heute von unserer Folge. Am Wochenende werden wir wahrscheinlich mal einen Fluch besuchen gehen und mal schauen, wie die Tauben da kommen in der RV. Und ansonsten freuen wir uns schon auf unsere Herbuläums-Folge. Ich hoffe, ihr werdet auch Spaß dran haben. und lasst euch mal überraschen, was wir da vorbereiten. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020